Hallo, herzlich willkommen zum Pilates Quickie. Das sind jetzt kurze Einheiten, so knapp zehn Minuten, manchmal wird es auch elf Minuten, in denen wir möglichst schnell und effektiv etwas für uns tun. Heute zum Thema Grätsch-Sitz. Grätsch-Sitz, Oberarme, Oberkörper und wir setzen uns auf die Matte, nehmen erstmal die Füße zusammen. In der Schmetterlingsposition erstmal so ein bisschen Federn ganz weich und für das Workout heute, für die Übungen brauchst du einen Ball, einen weichen Ball, der nicht weg springt, der sich gut halten lässt, der einfach gut tut. Gut, aus dieser Position gehen wir jetzt in den Grätsch-Sitz. Grätsch-Sitz, etwas schmaler, etwas weiter, so wie es dir angenehm ist, die Sitzbeinknochen, die sind hier schön fest am Boden, die Beine sind locker gestreckt und der Rücken ist schön entspannt aufgerichtet. Wir nehmen uns den Ball vor den Körper, legen unsere Hände auf den Ball drauf. Ich spreche schon etwas schneller, wir müssen ein bisschen schneller machen, dass wir in zehn Minuten ein paar effektive schöne Übungen zustande kriegen. Die Arme, die bleiben gestreckt, wir kommen aus dem unteren Rücken nach vorne und wieder zurück nach vorne und zurück. Mit dem Ausatmen nach vorne schieben, einatmen, aufrichten und versuche aus dem unteren Rücken, aus den Hüften zu arbeiten, mit geradem Rücken. Wenn du ein bisschen fester bist vom unteren Rücken her, wird es bei dir vielleicht eher so vom oberen Rücken her sein, man macht es immer da, wo man es kann, aber bemühe dich den Rücken gerade zu lassen, den Bauchnabel herangezogen zu lassen und schön weich vor. Noch viermal, noch dreimal, noch zweimal, einmal noch ganz weit nach vorne und dann holen wir den Ball zu uns her. Die Beine ein bisschen auslockern, den Ball nehmen wir vor den Körper, mit den Händen drücken wir in den Ball rein, die Finger so ein bisschen gespreizt, dass der Ball nicht weg springt, die Schultern sind tief, der Rücken ist schön lang, gern auch etwas schmaler in die Grätsche gehen und wir bauen Spannung in den Ball auf und der Ball schiebt am Gesicht vorbei Richtung Decke nach oben. Wir versuchen die Ellbogen möglichst komplett in Streckung zu bringen, dabei leicht den Ball zusammendrücken und wir ziehen den Ball vor den Körper. Wir schieben kraftvoll nach oben und ziehen den Ball zu uns her. Mit dem Einatmen nach oben, mit dem Ausatmen kraftvoll zu uns her ziehen. Die Sitzbeinknochen sind schön fest am Boden, der Rücken ist aufgerichtet und vom Tempo werden wir etwas schneller. Acht mal, sieben mal, sechs mal, fünf mal, noch vier, drei, zwei und einmal. Noch nach oben führen. Wir halten den Ball oben, versuchen die Ellbogen möglichst zu strecken, versuchen das Brustbein rauszuschieben, der Bauchnabel bleibt drangezogen, der Atem fließt und es müsste im oberen Rücken spannen, an den Oberschenkeln, Vorder- und Rückseiten, im unteren Rücken und dann ziehen wir den Ball vor die Brust. Den Ball legen wir hier am Brustbein an. Es ist wichtig, der Kontakt zum Körper. Die Beine sind locker gestreckt. Wer sehr, sehr weit öffnen kann, geht etwas schmaler zusammen. Der Rücken bleibt gerade. Wir drehen uns aus der Körpermitte Richtung einen Fuß, kommen zur Mitte, drehen uns zum anderen Fuß. Mit dem Ausatmen drehen, einatmen, zur Mitte kommen, ausatmen, drehen. Während wir die Übung machen, haben wir Druck auf den Ball, also den Ball schön zusammendrücken. Der Rücken ist gerade, der Bauchnabel bleibt herangezogen und du merkst sicher beim Drehen, dass du, wenn du dich nach links drehst, etwas mehr Druck unter der rechten Ferse hast, wenn du dich nach rechts drehst, etwas mehr Druck unter der linken Ferse. Also das ist in Ordnung. Gerne den Beckenboden aktivieren und noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und einmal noch zur Mitte kommen. Den Ball ablegen, gerne die Beine mal auslockern. Die Ellbogen sind wieder gestreckt und nochmal schön weich mit dem Ausatmen vor, einatmen, zurück und die Ellbogen, die sind gestreckt. Wir versuchen aus dem unteren Rücken zu arbeiten. Wir kommen weich vor. So, einen Moment vorne bleiben. Gerne mit den Händen etwas Druck in den Ball geben und den Kopf, den lassen wir mal sinken, so tief es geht. Das Federn finde ich sehr angenehm. Du kannst statisch in der Dehnung bleiben oder weich so ein bisschen in die Dehnung federn. Es müsste intensiv an den Innenseiten der Oberschenkel dehnen, an den Rückseiten der Oberschenkel. Vielleicht merkst du eher Dehnung vom Trizeps, Armrückseite, dem ganzen Rücken hier schön weich. Und dann ziehen wir den Ball nochmal zu uns her, nehmen den Ball zwischen die Unterarme, legen die Hände locker aufeinander und bringen etwas Druck auf den Ball. Ich drehe mich kurz zur Seite. Etwas intensiver wird es, wenn die Ellbogen auf Höhe der Schultern sind, etwas weniger intensiv ist, wenn die Ellbogen auf Brusthöhe sind. Such dir das aus, was für dich gut geht. Der Rücken ist schön gerade, der Bauchnabel ist rangezogen und wir bringen Spannung auf in den Ball. Lösen, Druck aufbauen und lösen. Falls du im Grätschsitz jetzt wirklich massiv Probleme kriegst, sei es vom unteren Rücken oder von der Dehnung, geht auch auf jeden Fall lang. Oder hier angebeugte Knie. Am entspanntesten für die Aufrichtung ist wahrscheinlich der Schneidersitz. Schmetterlingssitz ist auch eine Möglichkeit. Also wie du möchtest. Hier Druck aufbauen und lösen. Druck aufbauen und lösen. Und wir werden vom Tempo jetzt schneller. Druck, 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 Druck. Eine sehr intensive, schöne Übung für den oberen Rücken. Die Oberarme müssten zu spüren sein. Spannung im Nacken, aber auch die Brustmuskulatur. Der große Brustmuskel, Pektoralis Major, in der tiefe Pektoralis Minor, der kleine Brustmuskel sind aktiv. Denkt dran zu atmen. Denkt dran den Bauchnabel rangezogen zu halten. Die Sitzbeinknochen, die haben schön gleichmäßig Kontakt zum Boden. Und noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den Druck halten. Die Arme ein bisschen höher nehmen. Und nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und den Druck halten. Der Atem fließt weiter. Noch etwas deutlicher drücken. Falls die Oberarme zittern, ganz in Ordnung. Habt ihr alles richtig gemacht. Und dann lösen wir die Spannung auf. Lockern uns. Einen Moment aus. Schultern etwas kreisen. Und dann heben wir die Arme an. Öffnen die Beine. Legen die Hände auf. Kommen tief. Schauen wir mal, wie tief es geht. Vielleicht geht es nur so. Vielleicht geht es so. Vielleicht kannst du den ganzen Oberkörper ablegen. Vielleicht kann die Stirn oder der Kopf hier den Boden berühren. Muss nicht sein. Vielleicht brauchst du ein paar Mal das Video, bis es geht. Genau. Hier schön. Tiefe Atemzüge nehmen. Und dann räumen wir uns nach oben. Ein Bein bleibt gestreckt. Ich habe jetzt das linke Bein gestreckt. Beug das rechte an. Die Fußsohle lege ich hier ran. Der Rücken ist entspannt aufgerichtet. Die Schultern sind tief. Und wir drehen uns zum gestreckten Bein. Und neigen uns über das Bein. Die Hände umfassen Wade, Knöchel oder sogar die Fersen. Und hier schön den Kopf sinken lassen. Und den Atem schön tief in den Bauch, in den unteren Rücken schicken. Es müsste eine Spannung, eine Dehnung hier im unteren Rücken geben. Und zwischen den Rippen. Dann richten wir uns auf. Die Arme anheben. Das rechte Bein ausklappen. Das linke Bein anbeugen. Und wir neigen uns zum rechten Bein. Umfassen Wade, Knöchel oder sogar die Fersen. Und lassen den Kopf sinken. Stirn, Nase Richtung Knie. Und auch hier ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch, in den unteren Rücken schicken. Und dann schön Dehnung zwischen den Rippen, im unteren Rücken und natürlich an der Beinrückseite. Dann lösen wir die Dehnung auf. Schütteln die Beine auf. Dann hoffe ich, dir hat es Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Tschüss, macht's gut.